So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in diesem neuen Format. Ihr seht es gerade schon, ich spiele heute Dredge Dash und ich habe dazu mal Videos hochgeladen, aber diesmal will ich das free uploaden und fange direkt mit der Serie an. Habe schon mal ein bisschen ausprobiert für den PC, habe da vorher auf dem Handy gespielt und ja, heute spielen wir auf dem PC und ich habe da ein bisschen ausprobiert, sieht man da vielleicht, ich habe da zwei Modus, die ich schon ausprobiert und den ersten habe ich direkt voll gemacht, deswegen machen wir den heute. Wenn euch das Format wieder gefällt, dann mache ich weitere Videos dazu und ja, rein da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und da seht ihr auch direkt, first try mit allen drei Coins. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und man sieht sich im nächsten Video und ciao.